geile idee beim dax short na gut das ging ja nun gar nicht kein problem überhaupt keins denn der markt hat ja nichts getriggert für die abwärtsseite werden gestern über eine idee gesprochen die durchaus nicht untypisch ist damals hat das bild noch so aus der anstieg nein der rücksetzer sehr dynamisch sogar fünf fällig korrektiv das ganze nach oben und hätte er diese marke hier durchstoßen wäre das für mich ein klassisches short signal aber das war gar nicht richtig hat aber natürlich auch nicht getriggert also insofern ist es völlig unkritisch gewesen der markt ist einfach nach oben weitergelaufen das ist der sinn dieser trigger also nicht einfach zu sagen tolle idee ich mache das jetzt einfach mal nein lasst euch das bestätigen das war ja mal eine idee aber ob diese idee von den marktteilnehmern aufgenommen wird oder eben nicht das stand noch offen in dem fall haben sie marktteilnehmer nicht aufgenommen und dementsprechend ist das ganze ja als idee verpufft kein trade hier in der geschichte obwohl die idee eigentlich zu dem zeitpunkt als wir uns das angeguckt haben gar nicht so schlecht war na gut also ihr seht das muss nicht nicht immer bestätigen aber ihr seht dass durch diese trigger überlegung da könnt ihr natürlich auch andere trigger verwenden als wir das tun dadurch spart ihr euch manchen doofen trade der dann eben einfach nicht aufgeht obwohl ihr sagt verstehe ich nicht hätte doch eigentlich sein müssen denkt immer dran die anderen müssen es machen es nützt nichts wenn ihr eine tolle idee habt wichtig ist dass die anderen sagen jawohl finde ich auch machen wir jetzt einfach und dann macht man gerne mit und dafür ist eben die trigger überlegung sinnvoll so ganz wohl ist mir zumindest mal mit blick auf einen kurzfristigen chart ehrlich gesagt mit den mit der long seite noch nicht denn ich kann es drehen oder wenden wie ich will es muss jetzt gar nicht so sehr trendkanal mäßig sein vielleicht ein schlechtes beispiel aber wenn ich mir angucke wie diese bewegung hier aussehen dieser aufwärtsbewegung mit diesen rücksetzer die dann hier schon wieder ein rücksetzer da hat man irgendwie so den eindruck auch dieser rücksetzer der überschneid das ist noch nicht so richtig der ja das was ich mir vorstelle wir dürfen aber nicht vergessen irgendwann ist ein dreh durchaus realistisch ihr seht ich suche immer nach drehs aber bitte bitte nur weil man nach drehs sucht nicht schon short gehen das ist der ganz ganz wichtige und entscheidende unterschied ich rede die ganze zeit vom short gehe aber nicht short wäre ja auch inkonsequent könnte man meint nee ist es eigentlich nicht weil wie gesagt ohne trigger ohne dass das sich nachher bewahrheitet macht das keinen sinn also ich bin wie das ungeduldige kind vom weihnachtsbaum hätte ich fast gesagt ich weiß es kommt es geht gleich irgendwann kommt das irgendwann kommt es aber solange noch nichts drunter liegt naja solange muss man auch noch nichts aufmachen also insofern die analogie vielleicht hier an der stelle das ist so ein bisschen warten aufs christkind warten auf den bären in dem fall nicht aus böser absicht sondern einfach als erholung nach diesem verstarken anstieg und wenn es dann eine schöne korrektur hier gibt ist das ja wieder ein bullisches zeichen kommt man noch mal günstig rein an den entsprechenden stellen dann allerdings mit einer hoffnungsvollen erwartungshaltung dass sich das nachher noch mal fortsetzt ich habe ein bisschen übertrieben von der höhe das ist nicht ganz eins zu eins symmetrie aber zumindest damit da mal so die richtung drin deshalb ein rücksetzer ist jetzt nicht bös gemeint manchmal höre ich da war wie bist du sind so pessimistisch nein nein ich bin nicht pessimistisch ich finde es ja super das ist nur so als ob man so ungefähr menschen hat gesehen hier unser kollege der hat bis zwölf uhr wahnsinnig toll was weggearbeitet und jetzt warte ich darauf dass er endlich mittag pause geht damit ich nachmittags wieder was neues auf den tisch legen kann weil ich weiß der super der macht noch mal was also warten auf die pause ist dass er nicht warten auf das drama das sehe ich im moment zumindest mal noch nicht kommen aber aktuell wir sehen sie im tageschart noch gibt weder auf woche noch auf tag irgendwie intraday irgendwelche anzeichen dafür dass der kurs massiv short geht im kurzfristigen hatten wir hier mal so ein bisschen was da ging es ja auch so ein bisschen runter aber drama modus ist tatsächlich anders also das ging dann nicht weit genug und hat sich dann eben nicht bestätigt als dass sich das noch mal in die tiefe entsprechend fortsetzt wer das hier gesehen hat er ist dann hier vielleicht irgendwo wieder rausgegangen wenn ihr das auf vier stunden gehandelt habt insgesamt zwar eine chance für eine abwärtsseite die der markt aber aktuell zumindest mal noch nicht genutzt hat trotz alledem ich habe es eben schon mal so ein bisschen angedeutet so halbwegs den eindruck naja das macht schon irgendwie so den eindruck dass es so aussehen könnte und dann entsprechend ein eine korrektur jetzt immer erwartbarer ist die allerdings noch auf sich warten lässt wer long will theoretisch sage ich immer wenn es wackelig runterkommt aber ich muss ganz ehrlich gesagt sagen diese aufwärtsbewegung wie sieht mir so doof aus also ich würde jetzt hier im moment nicht zurückhalten mit neuen longs wenn long drin ist alles super stop nachziehen wie wir es jetzt so häufig schon beschrieben haben kein kein grund irgendwie davon abzuweichen aber neue einstiege hier scheinen nicht sinnvoll ja jetzt müsste man in amerika die rakete zünden optisch sieht das zumindest mal so aus als ob die rakete gezündet hat aber bevor ihr euch völlig hingebt dem bullischen überlegung dieser sprung wir reden hier vom future markt der ist entstanden weil heute kontraktwechsel ist wie das denn verfalls auch erst nächste woche völlig richtig merksatz wir haben viermal im jahr bei den großen indizes verfall natürlich im märz im juni im september und im dezember und immer am dritten freitag des monats wer jetzt auf den kalender guckt der wird feststellen nächste woche erst ja aber in amerika ist es typischerweise so dass das volumen eine woche früher umgeht dementsprechend gucken jetzt alle auf den märz kontrakt bereits also man sagt das volumen geht über und dann ist eigentlich der kontrakt der alte noch gültig wer also jetzt noch ein dezember kontrakt drin hat kann den noch auslaufen lassen da muss man nicht rausgehen jetzt da hat man ja noch zeit bis nächste woche freitag aber wer jetzt neue positionen eingeht macht das klassischerweise auf den märz kontrakt für all diejenigen die mit cfds zu tun haben oder irgendwelchen kontrakten die das raus diskontieren die haben den vor oder nachteil je nachdem dass sie das nicht beachten müssen das heißt das wird dann so ein bisschen ausnivelliert hat allerdings dann den nachteil dass man dann die ganze zeit mit anderen kursen arbeitet als das die profis machen denn die gucken normalerweise also das big money sozusagen guckt halt auf die future kurse ich weiß dass viele private sagen was guckst du denn immer auf die future kurse das doch doof das interessiert doch keinen naja ich vermute mal dass doch das größere geld mehr den markt bewegt als das kleine geld klar die kleinen privaten anleger finden sowas immer unsexy die handeln dann irgendwelche derivate da drauf die das dann teilweise ausnivellieren aber ich finde es ist nicht unwichtig das bild der großen player der eigentliche marktentscheider da im blick zu haben und deshalb zeige ich euch hier dieses bild ebenfalls trotzdem aber der hinweis wenn es bei euch abweichend aussieht das liegt einfach daran dass dieser sprung der hier da ist bei euch wahrscheinlich nicht abgebildet ist das heißt es ist dann eigentlich so als ob diese bewegung die hier hinten ist sich hier so fortsetzt und man dann sagt naja also so richtig doll nach oben ist es aber ja hier noch nicht gegangen also wir sind immer noch da so halbwegs in diesem seitwärts geströp also man kann sagen diese korrekt dieses korrektivmuster was wir beim dau gestern angesprochen haben da sind wir zumindest auf den alten kontrakt noch drin aber gemäß der neuen optik genau der neuen gehandelten kontrakte sind wir schon darüber hinaus und dementsprechend hat das für den manchen diese bewegung hier getriggert kann man nicht handeln ich hatte ja gesagt naja man könnte hier versuchen irgendwie noch long einstieg zu kriegen nur ihr seht durch den sprung auf den neuen kontrakt war das natürlich nicht handelbar also der kurs ist da nicht durchgelaufen das hat man dann in dem sinne verpasst aber keine sorge der nächste rücksetzer kommt bestimmt und der bietet dann tatsächlich vielleicht noch mal einstiegschancen also die erwartungshaltung dass wir weiter nach oben streben die ist durchaus gegeben also die chancen sind nicht so schlecht wir können mal auf den index noch mal gucken wir sehen dass also auch wenn wir den index nehmen wo das ganze rausgerechnet ist ein bisschen optisch platz noch ist bis zum jahreshoch was wir hier beim dauer haben ich hoffe ihr seht das da oben ich kann es noch ein bisschen größer machen hier ist vielleicht besser zu erkennen hier übrigens augentraining eine umkehr kerze so was hier sollte die immer im auge behalten wenn die da ist ist das ein warnsignal dass der kurs eine realistische chance hat für den dreh vorsichtig klappt nicht immer hier hatten wir das auf der unterseite und da seht ihr da hat es nicht geklappt es ist halt nur ein warnsignal und nicht ein garant für ein positives ergebnis ist mir ganz wichtig dass ihr das versteht weil viele sich natürlich wünschen mensch jetzt sag mal du bist auch profi du machst das seit 30 jahren jetzt gibt mal nicht so an sondern sagt mir mal einfach was der nächste trade wohin der geht also wohin der trade geht kann ich euch sagen aber ob der positiv wird weiß ich natürlich nicht im vorhinein das lässt sich auch mit all diesen maßnahmen nicht vorhersagen sondern nur so gestalten dass man sagt naja wenn es halt nicht so gut ist ist nicht so schlimm und wenn es gut ist klasse dann verdient man deutlich mehr als man riskiert hat das ist die aufgabe gut also wechseln wir wieder auf das echte geschehen also nicht auf den dow jones sondern auf das was man aktuell eigentlich normalerweise anguckt und da sehen wir dieser ausbruch nach oben der ist da der wird für den einen oder anderen jetzt eher verwirrend weil man eben sagt wie passt das ganze zusammen der sprung den müssten wir jetzt theoretisch rausrechnen ja also diesen zack diesen sprung nehmen wir da haben wir sehen allerdings auch dass der s&p und das haben wir gestern schon mal angedeutet trotzdem in seiner aufwärtsbewegung selbst wenn ich das hier runtersetze doch sehr sehr scharf nach oben unterwegs ist das lässt vermuten dass diese zeichnung dass der kurs jetzt im moment darunter will nicht wirklich das thema ist sondern wahrscheinlich etwas später eigentlich passt mir das ganz gut ich hatte zwar die chance gesehen dass der kurs hier in die abwärtsbewegung rein läuft aber wenn wir genau hingucken sehen wir eine geschichte die sich natürlich noch schöner auflöst hier hatten wir eine pause zack und hier hatten wir eine pause das heißt wenn ich sowas sehe dann ist natürlich die vermutung wollen wir nicht immer gerne fünf welle in trendrichtung haben also sprich noch mal einen anstieg und genau den bekommen wir jetzt gerade ja also die chance dafür dass es noch ein bisschen weiter nach oben geht hier ist relativ hoch jetzt in allemal also spätestens jetzt müssen wir über die chance nicht mehr so richtig reden allerdings dann hätten wir wieder so ein fünfer zyklus hinter uns ja mit 1 2 3 4 5 ja also das wäre das ding was wir dann hier hinter uns hätten da wäre dann eine pause wieder praktisch und dann sind wir wieder im boot mit dem dax der ja jetzt verschlucke ich mich schon fast hier der ja ebenfalls an der stelle eigentlich dann irgendwann eine pause bräuchte noch nicht sofort also es kann auch sein dass es ein gutes stück höher geht bis diese pause kommt aber diese pause wird kommen und deshalb wer long ist weiter nachziehen wer die chance sieht hier irgendwie korrektiv mal nach unten dann einstieg zu finden der sollte das nutzen im moment sehe ich das nicht ganz so deutlich hier deshalb tue ich mich mit neu einstiegen schwer ich bin da gar nicht so ein ganz großer fan davon einfach auf teufel komm raus aber ich zeige euch trotzdem mal ein szenario das ziemlich genau das ist was wir uns immer angucken nämlich diese bewegung die wir hier haben ich mache es mal weg damit das farblich ein bisschen neutraler ist wir hatten hier ein anstieg wir hatten hier eine klar korrektive abwärtsbewegung denkt immer dran korrektur ist meistens flacher meistens so im trendkanal hin und her es sollte überschneidungen in den gegenbewegungen geben ich gehe jetzt mal bewusst auf minuten nur einfach dass wir die struktur so ein bisschen besser erkennen können hier und wenn wir dann sehen diesen anstieg diese korrektur nach unten dann müssten wir noch gucken ist es eine vollwertige korrektur vollwertige korrekturen gehen gerne gemessen vom tiefsten punkt zum höchsten punkt irgendwo in dem bereich 38 50 61 8 das können wir mal hier irgendwie so kenntlich machen irgendwo in den bereich das ist so standardmäßig und dann kann man einfach gucken okay wenn er das zwischen hoch bricht so machen wir das mal so gehen wir das mal einmal ganz kurz historisch durch ist eine kurze leseübung wenn er da durchgeht wäre das ein möglicher long oh shit ist tiefer gegangen okay wenn er da durchgeht ist ein long oh shit ist tiefer gegangen na gut wenn er da jetzt muss ich auch noch verschieben können wenn er da durch er ärgert mich hier wenn er da durchgeht dann ist ein long ah jetzt ist er long was ist jetzt meine zielerwartung die mindest zielerwartung also das ist jetzt nicht sicher dass das passiert aber es ist sehr typisch dass es passiert und es darf auch länger sein aber so als erste orientierung ist dass das was wir hier vorne also diesen abstand dass wir das da hinten nochmal sehen gut ist jetzt klar wir haben es ja schon gesehen dass er da irgendwie weiter hoch gelaufen ist aber ich möchte euch nur sensibilisieren das ist jetzt im minuten schad das spielt aber ehrlich gesagt gar keine rolle ob ihr das szenario im minuten chart oder im monats chart seht oder im wochen chart das prinzip ist immer wieder das gleiche wenn ihr etwas habt wo ihr sagen könnt das ist die erste welle er müsste von oben gekommen sein jawohl er ist von oben gekommen dann ist das die erste welle dann ist das die zweite und dann müsst ihr die dritte die gleiche länge eben nochmal haben wann immer ihr das seht wann immer sich das so ausgeht habt ihr die möglichkeit zu sagen weißt du was jetzt kann ich doch noch mal einmal ansteigen einsteigen und wenn ihr sagen na ja gut ich nehme hier gewinne mit dann habt ihr euren spaß schon gehabt habt ihr vielleicht ein kleines risiko gehabt einen größeren gewinn vielleicht sogar noch kleineres risiko weil ihr gesagt habe ich gehe auf das tief hier so noch kleiner als ich es gerade gezeichnet habe und großen gewinn und wenn ihr sagt ja ich wollte ja eigentlich irgendwie long mit dabei sein dann vergesst ihr die gewinnmitnahme bleibt drin hier im kurs zieht aber dann den stopp hinterher weil wenn der kurs weiterläuft freut ihr euch muss ja nicht weit einfach so auf plus minus null ja so einen kleinen gewinn wenn er weiterläuft dann freut ihr euch dass ihr endlich einen einstieg gefunden habt und drin bleiben könnt und wenn er dreht sagt ihr das war eine günstige sinnvolle gelegenheit einfach mal ein einstiegsversuch zu wagen das ist jetzt auf minute natürlich extremst gewesen aber es ist eigentlich so ein bisschen eine leseübung für euch gewesen und um euch zu zeigen dass ihr das auf allen möglichen zeitebenen sehen könnt ihr müsst also da jetzt nicht sagen nee das gucke ich mir jetzt nur im 5 minuten chart oder im 15 minuten chart an oder im keine ahnung das gibt es immer wieder auf allen möglichen zeitebenen dieses verhaltensmuster nicht immer aber immer wieder und dementsprechend habt ihr eine idee wie ihr damit umgehen müsst so nasdaq ist grundsätzlich natürlich das gleiche zu berichten vorläufig würde man jetzt also auch sagen okay wir hatten ja schon die vermutung so richtig setzt sich diese umkehrkehrs offensichtlich nicht durch weil irgendwie details auf der unterseite das sieht immer so aus als wir wollen können aber nicht wollen können aber nicht also irgendwie stoppt der markt sich da selber aus hätte ich fast gesagt also nicht das ausstoppen einer position sondern seine bewegung und das ist kein so tolles zeichen dementsprechend naja dieses tiefe hatten letzten tage schon gesagt ein bisschen fraglich wird das überhaupt erreichen aktuell halt erstmal weiter die aufwärtsrichtung und dann gucken wir mal wie es da weitergeht wir werden uns das angucken allerdings nach dem wochenende euch jetzt erstmal alles gute ganz liebe grüße und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal